Hallo und herzlich willkommen zurück zu 1.10 Bits & Pieces. Beim letzten Mal haben wir den Chor, sind wir durch den Chor gegangen und haben Melaton besiegt. Und jetzt sind wir hier in Castletar, oder wie hieß der heute? Beim Castle Elevator. Ja, wir sind inzwischen im Schloss von A.S.Core. A long time ago, a human fit into the ruins. In short, by its phone, a human called out for help. Asriel, the king's son, he had the universe called. You brought the human back to the castle. Baa 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 baa. Baa ba da 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 da. Baa baa baa. Baa 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 baa. Murmm, Murmm, Murm. Bei dir ist starke Hardship Locker. Auch wenn du es nicht vermisst,picaler drawer hast du doch. ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn du ein Tag hast, du bist sehr ill. Das war's für heute. Ich habe gesagt, dass die Menschen nur eine kleine Zolle sahen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe die Menschen überlegt, Back into the village of the humans. As we reach the center of the village, when he found the bed of gold flowers, he carried the humans into it. As we reach the power to destroy them all. The villagers saw Asriel avoiding the humans' body. They fought with pretty fat killed as a child. The humans attacked with everything they had. He more struck with blow after blow. Asriel had the power to destroy them all. But Asriel did nothing fight back. Clutching the humans, Asriel smiled and walked away. Rounded Asriel stumbled home. He entered the castle and collapsed. His dust breathed across his garden. The king fell into despair. The king and queen had lost two children in one night. The humans had once again taken everything from us. The king decided it was time to enter our suffering. Every human who falls down here must die. With enough souls, we can shatter the barrier forever. The king and queen had lost two children in one night. The king and queen had lost two children in one night. The king and queen had lost two children in one night. The king has lost two children in one night. The king has lost two children in one night. The king has lost two children in one night. The king has lost two children in one night. The king has lost two children in one night. You're going to be three New home judgmental Escort So we finally made it, the end of the journey is ahead to end, in a few moments you will meet the king, together you will determine the future of his world, that's when, now, you will be judged, you will be judged for your every action, you will be judged for every xp you've earned, is an acronym, it stands for execution points, a way of quantifying the pain you've inflicted on others, when you kill someone, your xp increases, when you have enough xp, your love increase, love, too, is an acronym, it stands for level of violence, a way of measuring someone's capacity to hurt, the more you kill, the easier it becomes to distance yourself, the more you distance yourself, the less you will hurt, the more easily you can bring yourself to hurt others, but, why don't you never gain any love, of course, that doesn't mean you're completely innocent or anything, just that your captive's curtain canters in your heart, no matter where struggles or hardships are faced, you strive to do the right thing, refuse to hurt anyone, even when you ran away, you did it with a smile, you never gained love, but you gained love, it doesn't make sense, maybe not, now, you're about to face the greatest challenge of your entire journey, your actions here, will determine the fate of the entire world, it refused to fight, ask her to take your soul and destroy humanity, or it will kill ask her and go home, monsters remain trapped underground, what will you do? Well, if I were you, I would have thrown in the, in the Torrel by now, but you didn't get this far by giving up, did you? Well, right, we have something called determination, so as long as you hold on, so as long as you do what's in your heart, I believe you can do the right thing, alright, we're all counting on your kids, good luck. Boy, I feel like a connection says is going deeper. Desk. Oh boy. Brown entrance. Tone, uh, Toneingang. And here down? You see who is? Oh god. It's a coffin, where's the name engraved on it? It's not a name that you recognize. It's a coffin, where's the name engraved on it? und er gab er ist schon vorbereitet wie viel geld habe ich noch hier sind wir we are alia okina marcel belly want to name would you like a couple c you know how it is Nice day today, huh? Birds are singing, flowers are blooming. Perfect weather for a game of catch. You know what you must do. When you are ready, come into the next room. You sense the connection coming from Asgore. Throw a moon. It's another throne covered by a white sheet. How intense? Just think of it like... A wizard to a dentist. Are you ready? If you are not, I understand. I am not ready either. Feel like your connection to Asgore is growing deeper. Is she also there? Hi, a new dog. Let's go back to Asgore. Goodwin. Asgore was in the last room. The house I had to be here. I can't be long here. Oh, here is too much in the bank. I can't believe you are still here. I think they are turned off. Untertitelung. BR 2018 So, oh. Okay, hier ist es jetzt offen. Was haben wir jetzt hier? There's a cone blocking your path forward. Oh. Ja. 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 Ich weiß, was hier ist. Da werde ich nochmal nachrichten und recherchieren müssen, wie ich mit reinkomme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 We have to fight, leider. Oh ja, ich seh schon dort am Esco Sprite, da klauchen nur ein paar Bugs auf, weil ich denke nicht, dass der normale Esco beim Angriffen aufgreifen auftauchen sollte, dieses normale Esco ist nur das andere Seite auftauchen sollte beim Angriff, also ja, ich weiß, wovon wir im letzten Mal gewarnt wurden, wir kennen es gerade, wovon wir im letzten Mal gewarnt wurden, vor den Entwicklern, von all den Bitz und Pieces. Oh, boah, mein Hassangriff von ihm. Da komm ich wirklich nie ohne Dementsch durch. Oh, shit. Not gut. Ay, 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 ay. Ich war noch nie so, also, wow, ich bin noch nie so gut, echt, ich bin noch nie so abgegangen im Kampf gegen Esco, beim Ausweichen zumindest. So bin ich noch nie auch abgegangen. So gut war ich noch nie. So gut war ich noch nie, alter. So gut war ich noch nie. So gut war ich noch nie. Au, 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 au. Das ist gut, ich bin noch nie. So gut war ich noch nie. Es wird zwar für einige einfach aussehende Kampf, aber klappt es mir, es ist nicht. Ich habe schon eine Menge andere Erfahrungen, wo Doris für mich natürlich einfacher ist, diesen Kampf zu machen. Aber für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben in diesem Game, werde ich diesen Kampf als einen ziemlich schweren Kampf empfinden. Das klappt mir, ich finde es hoffentlich wieder Erfahrung. 1st Try! Und ich sehe schon den nächsten Park! Ach du Scheiße! Ich hoffe, solange kein Game-Break'n-Bug vorhanden sein wird, jetzt beim restlichen Teil vom Pets-Veteran ist alles gut! So, das ist so, wie es ist. Ich erinnere mich, den Tag nach dem Sonntag. Der Untergrund war erfüllt von Hoffnung. Der Zukunft hat wieder einmal von uns getrunken, von uns, von uns, von uns. In der Lage von Angst, ich erklärte, war. Ich sagte, dass ich nicht alle Menschen, die hierher kam. Ich werde mit ihnen ausdecken, die uns zu werden. Ich werde mit ihnen ausdecken, die uns ausdenken. Dann werde ich Menschen, die uns ausdecken, und werde die Menschen, die wir in der Welt leben, in der一起. Ich werde mit den Menschen, die wir in der Welt leben, in der Welt zurückgehen. Truthfully, I do not want power. I do not want to hurt anyone. I just wanted everything. I want to have hope. But I cannot take this any longer. I just want to see my wife. I just want to see my child. Please, young one, this war has gone on long enough. You have the power. Take my soul and leave this cursed place. How do I do not know? Toriel is his wife and Esco and Toriel are the parents of Asriel. We have already experienced the story. My wife and I will take care of you as best we can. We can sit in the living room, telling stories, eating butterscotch pie. We could be like a family. You idiot. You haven't learned a thing in this world. It's kill or be killed. That it just just happened. Okay. Okay. Well, I think it just happened again in this world. It just just had to be done. Das stimmt aber was nicht. Okay, hier stimmt irgendwas nicht. Da oben bei Bildschirm steht auch Flauytale. Flauytale, nein 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 nein, time, nein 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 nein, my world. Wie sehen wir denn aus? Jera, Avon, die End. Pfeil erased? Oh nein. Oh nein, das alte Fools. Without you, I never could have gotten passion. But now, with your help, he's dead. And I've got three human souls. Oh boy, I've been empty for so long. It feels great to have a soul inside me again. Hmm, I can feel pretty. Oh, you're feeling left out, aren't you? Well, that's just perfect. After all, I only have six souls. As we'll need one more. Before I became God. And then, with my newfound powers. Monsters. Humans. Everyone. I'll show them all the real meaning of his words. Oh, and forget about escaping to your old save file. It's gone forever. But don't worry, you're all too flowery. Has worked out a replacement for you. I'll save all your own death. So you can watch me tear you to bloody pieces. Over. And over. And over. What? How do you really think you can stop me? Hehe. You really are. Adi-diot. Der schwerste Kampf des Pacifist Runs kommt jetzt, Leute. Der Kampf gegen Omega Flowey. Die richtige Kacke sitzt er süchtig am Dampfen. Omega Flowey. Oh boy. Du willst mir das Kumpelschrömeer erst hochgeschlafen. Ich sehe das, by the way, auf dem Checkpoint. Also, weil ich es zur nächsten Serie schaffe, bin ich auch über Save. Sollte ich verwecken. Oh, heilung. Yay! Oh, Gott. 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 Ich glaube, das Schmühle hat sich nicht zu bewegt. Ich glaube, das Schmühle hat sich nicht zu bewegt. Ich glaube, das Schmühle hat sich nicht zu bewegt. Okay, die Blaue sind hier. The Soul of Integrity. Die Seele der Integration. Das Schmühle hat sich nicht verdient. Jetzt sollte dann защitiges sein, oh no less. Hier ist ein Bugs. I, 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 I don't see anything. This is all shit for them too. And you'll never wake up. Well, I think we'll continue in the next episode. So I end this episode. Now the game is closed. See you. Bye, LuxTV. Ciao.